Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf den Kanal. Wir zocken heute Skywars. Und zwar zock ich heute mit Facecam und ich aktiviere die Facecam in 3, 2, 1. Boom und Leute, hi! Ja, ich zeige mich auf YouTube, ich habe mal entschieden. Komm, ich zeige mich einfach auf YouTube und wir sehen uns gleich in der Runde. Bis gleich. Und er fängt dann sofort die erste Runde an. Wir sind auf irgendeinem Web, auf dem Web, äh, keine Ahnung, ich kann nichts aussprechen. Leute, wir haben gerade in Ernsthaft verzauberte Diamantschuhe. Ne, Schuhe 2 ist das. Wie kann man so viel Glück haben, Leute? Okay, natürlich, äh, noch mehr wäre besser. Dann gehen wir hier rein. Ich glaube, die Truhe hat es schon ausgenommen, ja. Und dann gehen wir hier hoch. Die Truhe hat er auch schon genommen. Ah, die Kitzel ist ja auch schon leer genommen, ne? Ne, nicht ganz, da ist ein Helm drin. Den Helm ist hier noch, sag ich mal, grad mal an. Da ist er. Und ja, und wir haben auch Lava. Er ist grad auf, K. Oh, alles klar. Wo baut er sich bitte schon hin? Ich komme auch mal hinterher. Werde um meine Blöcke dafür reißen. Mein Partner, ich wollte grad sagen, mein Partner macht, äh, dauert sich gerade, aber dann ist er doch runtergesprungen. Oh, hier ist noch Wasser. Ja, nein, ist noch grad gerettet. Ich hab Lava, also mit Lava wäre das jetzt nicht so sinnvoll. Was geht ab? Ich glaub, er will grad nix machen, aber ich glaub, dann brauchst du mich lieber rüber. Der will ich jetzt in Ernsthaftigkeit durchsichten und wiedertauern, ey. Ey, was hab ich denn für einen Partner, ey. Kommt da jemand? Ne, ich glaub, das ist auch keiner mehr. Erzt ist geschafft. So, ich glaub, hier ist keiner mehr. Genau, die haben gedacht, ach, hier sind da geile Sachen drin. Lass sie dir einfach mal so da stehen. Was sind das denn für Spieler, Alter? Haben die ein Gehirn? Ich glaub nicht. Wie in der letzten, äh, Skytron im letzten Video. Genauso, wetten die Tour, haben die auch nicht ausgeleert. Das ist ein Thema drin. Och, ein Diamant, doch, komm, lass mal da drin. Lass sie einfach mal zu ne Ernt. Ener Pearl drin. Äh, Steinfahrtschulch, äh. Schärfe, schärfe eins drin. Drei Heilungsstränge drin. Braucht er keine Sau? Alter, was sind das für Typen, Alter? Ich hab echt das Gefühl, dass die kein Hirn haben. Ich geh mal aufs Dach drauf. Truhe erstmal gucken. Ist genau so Typen wie vorher. Die geben mal einen Scheiß auf die Truhen. Komm. Nein, da hat er mich leider bekommen. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder. Da fängt es fort die zweite Runde an. Aus, auf der Map von der letzten Runde. Und wir haben schon wieder verzaubert. Und die malen Schuhe, äh, Schuhe 2 bekommen. Wie in der letzten Runde auch. Und da hast du für Glück direkt am Anfang so gute Schuhe dazu bekommen. Und ich bin ganz sicher, dass hier wieder Typen sind, die die Truhen nicht ausleeren. Da bin ich mir so 100% sicher. So, dann gehen wir hier hoch und, äh, zu unserer Kollegin. Der baut sich da rüber. Okay, die kommen jetzt, Leute. Mal gucken, äh. Natürlich, der Tauert auch's. Ich hab diesmal ein Team ausgewählt. Aber die beiden Tauern sich, oh, fuck das. Nein, und der, oh, fuck, der hat eine Angel. Nein, nein, okay. Ja, fuck das verkracht. Scheiße, ey. Ah ja, okay. Du bist gestorben. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's unterhalten. Und ich werde natürlich noch mehr, wie ich mit festgekommen. Komm, schau.